Hallo und herzlich willkommen zu Gastronovi Academy. In diesem Tutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie sich eine Rechnung im DIN A4-Format herunterladen können. Um eine DIN A4-Rechnung herunterzuladen, gehen Sie zunächst über die Modulansicht in Ihre Umsätze. Setzen Sie hier den Filter von Schichten auf Verkäufe, um sich alle Ihre abgeschlossenen Verkäufe anzeigen zu lassen. Suchen Sie sich den gewünschten Rechnungsvorgang heraus. Diese sind chronologisch geordnet. Sie können zusätzlich mittels des Lupensymbols auch die erweiterte Suchfunktion oder die Suchfunktion nutzen, um Ihren Vorgang eindeutig lokalisieren zu können. Haben Sie Ihren gewünschten Rechnungsvorgang gefunden, öffnen Sie das Optionsmenü mittels einer Wischbewegung oder eines Doppelklicks und klicken auf den grauen Download-Button. Im sich nun geöffneten Feld kann entschieden werden, ob die Rechnung mittels Bestätigung heruntergeladen oder mittels Play-Button direkt angezeigt werden soll. Die heruntergeladene Rechnung befindet sich nun in Ihrem lokalen Download-Ordner. In der Mobilversion gehen Sie analog vor. In Ihren Umsätzen finden Sie Ihre Verkäufeansicht in der unteren Navigationsleiste, die Suchfunktion hingegen in der oberen Menüleiste. Wir fassen zusammen. Über die Umsatzansicht können Sie den gewünschten Rechnungsvorgang lokalisieren und herunterladen oder sich direkt anzeigen lassen. Die Suchfunktion unterstützt Sie bei der Lokalisierung. In der Mobilversion ist dies analog zur Desktop-Version verfügbar.